Hi Leute, was geht? Ich bin's hier, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Video. Und zwar dachte ich mir, spielen wir wieder Rainbow Friends Chapter 2, Leute, aber mit einem Twist. Ich probiere, so lange wie möglich zu überleben in diesem Game, ohne mich zu verstecken. Wie lange halte ich durch? Und ja, wenn ich erwischt werde, ist das Video vorbei, Leute. Also ich glaube ja nicht, dass ich sehr lange durchhalten werde, weil ja, ich darf mich nicht in der Box verstecken, darf mich nicht in den vorgegebenen Verstecken verstecken. Also ja, das stelle ich mir gar nicht mal so einfach vor, vor allem für mich. Aber ich gebe mein Bestes und ich hoffe, dass ihr auch am Start seid, weil ich werde wieder meine Joints anschalten. Ja, schreibt mal gerne in die Kommentare, wie lange meint ihr, halte ich durch? Lasst auf jeden Fall unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn ich auch noch Baby in Yellow spielen soll. Das haben auch super viele von euch angefragt. Und Leute, wenn ihr noch nicht genug Rainbow Friends habt, checkt mal gerne das Video von mir aus, weil da habe ich einfach mal die verfluchte Nummer von Cyan herausgefunden und sie ausprobiert, Leute. Und ich sage es euch, die war so gruselig. Aber jetzt genug gelabert, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke und let's go! Das Intro kennen wir ja schon. Aber wer ist er eigentlich? Wer ist er? Woher kommt der? Was hat der denn überhaupt vor? Wie viele Runden werde ich überleben? Ich müsste mal eine Runde spielen, ohne zu schreien. Das wäre eine Challenge, oder? Und los geht's, Leute. Ich hoffe, ganz viele Gute sind von euch am Start, weil ich schaffe es sonst nicht. Kann ich bitte die hier vorne haben? Ich will auch welche. Ich will nicht nutzlos sein. Hallo, schnappt mir doch nicht alle weg. Nein, nein, nein. Oh, Mann. So, die nehme ich mir jetzt aber. Und die da hinten auch. Hallo, ich möchte auch eine. Oh, nehmt die alle. Nein, ich will auch welche. Ich bin beleidigt. Hier liegen welche rum. Oh mein Gott, ich muss wirklich aufpassen, dass nicht gleich blau kommt oder so. Ich höre jemanden. Okay, weiterlaufen, 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 weiterlaufen. Oh mein Gott, das blau. Einfach weiterlaufen, 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 weiterlaufen. Das war knapp. Ich hätte locker jetzt erwischt werden können. Nein, ich hole. Da definitiv nix. Da ist jetzt grün, Alter. Aber die erste Runde musste ich irgendwie überleben. Wie viel haben wir gerade? 825? Da waren doch vorhin ganz viele. Warte mal. Ich muss mal gucken, wo das Monster ist. Lass mich doch einsteigen! Ich muss mal gucken, wo die Monster sind, Leute. Das darf ich auch... Gut, dass ich eingestiegen bin. Wehe, der wartet jetzt auf mich da unten. Ich weiß jetzt nicht, wo grün ist. Darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Die Leute laufen gerade auf blau zu. Wir müssen auf jeden Fall in diese Richtung hier. Gilt das als verstecken, wenn ich mit dem Riesenrad fahre, um ein bisschen Überblick mir zu verschaffen? Können auch Zip leihen. Aber... Oh mein Gott. Hier kommt man nirgendwo hin, oder? Was, wenn ich hier lang laufe? Ich habe Angst. Ich habe Angst, dass auf einmal blau hier ist. Hallo? Warum fahrt die hier einfach? Was ist das? Oh mein Gott. Ich höre jemanden. Ich höre einen Monster. Warte, da hinten ist eins. Wenn ich jetzt da hingehe, werde ich geschnappt? Wo ist das? Sag mir nicht, die sind in dem Labyrinth. Ich habe gehört... Oh mein Gott, nein! Ich habe gehört, wenn man auf die Steine geht, kann man es überleben. Soll ich es mal ausprobieren? Aber ich habe Angst, die Runde zu riskieren. Ja, aufpassen, wir da nicht lang. Ja, lieber nicht. Nee, ich riskiere es nicht, Leute. Ich möchte gerne die Runde überleben. Ihr könnt es ruhig holen. Mit Verstecken schafft man das aber doch wahrscheinlich, oder? Alter, wo sind die alle? Ich höre jetzt gar keine Monster. Was, wenn ich hier reingehe? Ey, hier kann man sich reinsetzen. Kann man auch hochfahren? Alle setzen sich jetzt hier hin. Oh mein Gott, ich höre jemanden. Ich höre das Monster. Oh, Bro! Der war da! Der war da! Bislang bin ich eigentlich ganz gut, aber Leute, ich bin nutzlos gerade. Ich kann nichts finden. Wenn ich hier hinten hingehe, bin ich dann quasi in der Sackgasse? Ist er blau oder wo ist er? Ich muss in Bewegung bleiben. Ich muss in Bewegung bleiben. Leute, zwei Stück noch. Danke, ist hier blau? Ich habe Angst, dass er hier ist. Oh mein Gott, da sehe ich ihn. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Oh mein Gott, ich will die erste Runde überleben, Mann. Mehr wünsche ich mir doch gar nicht. Oh mein Gott, da unten ist grün. Wo ist blau? Da unten ist grün, Digga! Kann er hochklettern? Alter, die hören sich so eklig an. Oh mein Gott, ich höre blau. Nein, ich darf mich nicht verstecken. Wenn er da unten ist, dann gehe ich hier lang. Wo sind die? Ich glaube, keiner holt gerade die letzte aus dem Labyrinth, oder? Wo sind die? Auf einmal höre ich die Monster alle nicht. Was ist das denn hier? Hä, da war ich noch nie, oder? Achso, doch. Ist er hier oben? Nee, hier oben ist er nicht. Ich habe die erste Runde überlebt, ohne mich zu verstecken! Alter, das sagt mal ein Noob, okay? Aber wenn man überlegt, einige haben es nicht geschafft. Und die haben sich wahrscheinlich versteckt. Hier, hier, das weidet! Nein! Schnappt mir nicht meine Gasflaschen weg, die in der Nähe sind. Ich will die gerne abgeben. Okay, Moment. Ich habe nur eine. Hä, ich bin doch gerade zu den anderen gegangen. Oh mein Gott, da kommt blau. Ich hau ab. Nein, ich hau ab. Ich zipp, leide mich weg. Ah, das ist blau. Der ist in seinem Schloss. Einfach in Bewegung bleiben. Immer das Beste, was man machen kann. Immer in Bewegung bleiben. Bin die Einzige, die hier richtig riskiert. Ist hier irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Ist da oben was? Nee. Hier ist alles verlassen. Weh, der kommt hier rein, ne? Ich bin ein bisschen aufgeschmissen, wenn jetzt blau hier reinkommt. Oh mein Gott, ich höre ihn. Da hinten war er ja gerade. Ich habe ihn gesehen. Vielleicht sollte ich kurz mal eine Runde wieder mit dem Riesenrad fahren. Weil ich schaue mal, wo die ganzen Monster sind. Wo sind die alle? Sehe ich hier überhaupt was? Da unten ist grün bei der Brücke. Oh mein Gott. Man sieht ja gar nichts. Wo sind die versteckt? Da ist gelb. Auch bei der Brücke. Die sind alle bei der Brücke. Es wurden gerade mal 2 von 15 gefunden. Leute, was macht ihr? Wo gehe ich jetzt lang? Hier? Immer wenn jemand gefunden wird, ne? Dieses Geräusch. Ich hasse es. Da ist eine Gasflasche. Die schnappe ich mir. Wenn ich jetzt zurückgehe, meint ihr, das sind die Monster? Ich habe mich gerade erschrocken, Mann. Mädel! Wo höre ich die Monster? Man muss ganz genau zu... Hier rein. Das ist kein Verstecken, Leute. Es ist ein Durchgang. Ein offizieller Durchgang, okay? Eine Abkürzung. Da hinten ist grün. Der schlawinert da rum. Mein Herz. Da gehe ich wieder nach oben hoch. Alter, woher kommt der? Bro! Der wusste, ich bin da. Der hat ein Auge auf mich. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich ziplein mich auf die andere Seite. Da ist grün. Der ist jetzt hier, ne? Da bin ich richtig aufgeschmissen. Geht der hier überhaupt hier oben hoch? Oh nein! Zum Glück ist grün langsam. Ich gehe hier rein. Ich hoffe, hier ist er nicht. Habe ich gerade gelb gehört? Ich habe das Gefühl, den höre ich. Nein, der ist da. Der ist definitiv da drin. Wo komme ich hier entlang? Wo bin ich hier? Ach so! Wow! Ich wusste gar nicht, dass da ein Durchgang ist. Hä? Verdammt, ich höre irgendwas. Ich bin mir gerade nicht... Da hinten ist gelb. Wo geht der hin? Der geht in meine Richtung. Nein, nicht mit mir, Junge. Nicht mit mir. Auf gar keinen Fall. Geht's hier lang? Okay, ich bin jetzt hier unten am Fluss. Und ich höre diesen verdammten blauen Typen. Und der hört sich verdammt schnell an. Ich weiß echt nicht. Wo sind die alle? Wo sind die anderen Gaskanister? Ich weiß nicht. Ich meinte, er kommt. Ich höre irgendwie sämtliche Monster. Moment, ich gehe mal hier runter. Ich versuche mal am Fluss lang zu laufen. Ich höre die, Mann. Ich höre sie. Wo ist das Monster? Es kommt immer näher. Nein, ich hau ab. Okay, da komme ich nicht weiter. Warte, da rechts ist eins. Seht ihr das? Alle sind alle Monster. Nein, nein. So klein wie immer. Das war so knapp. Verdammt. Weißt du, da ist eine. Ich schwöre, ne? Ich habe eine. Okay, perfekt. Die sind doch da alle, oder? Ich höre die irgendwie. Schnell abgeben. Noch zwei. Noch zwei, Leute. Ich habe da vorne noch zwei gesehen. Wo waren die? Da hinten sind die. Seht ihr den? Grün? Hier hinten ist irgendwie eins. Da wird eins angezeigt. Leute, lasst mich doch nicht im Stich. Ich darf mich nicht verstecken. Wo ist das? Im Labyrinth? Boah, ich habe echt Angst. Ich höre schon wieder ein. Hier drin ist einer? No way. Was macht der hier drin? Okay, zack. Ich hatte das Letzte. Yes. Oh my God. Ich habe es bis zur dritten Runde jetzt schon geschafft. Okay, die Lokis bräuchte man eigentlich nicht suchen. Das Problem ist, ich kann mich nicht verstecken. Ich darf nicht. Das heißt, ich werde wahrscheinlich die Einzige sein, die diese Dinger suchen wird. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich so weit kann. No way. Ey, wir sind so wenige noch. Ich glaube, die anderen fragen sich auch schon. Warum versteckst du dich nicht? Hier, hier sind zwei. Okay, die nehme ich mir gleich mal mit. Ich hoffe, der andere bleibt da auch. Da hinten ist auch noch einer bei der Hüpfburg. Ich versuche jetzt hier Speedrun zu machen. Ich bin, glaube ich, die Einzige. Mal gucken, von wem ich gefangen werde. Ob es jetzt gelb sein wird, weil der ist schnell... Ja, super. Ich wusste, dass du da bist. Schnappe ich mir den? Ich weiß nicht. Ich will es nicht riskieren. Luki, komm her. Luki, komm zu mir. Komm zu mir. Komm, 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 komm. Also der macht das doch extra. Hängt da bei dem grünen ab. Ja, nee. Das wird nichts. Gehe ich jetzt auf die andere Seite hier? Ich glaube, ich mache es einfach. Dann sehe ich auch, wo die anderen sind. Da unten ist blau. Beim Fluss. Ich wollte eigentlich schon beim Fluss entlang. Wo sind die Viecher? Ich habe irgendwie das Gefühl, gelb wird mich schnappen. Weil er einfach super schnell ist. Ah, toll. Jetzt bin ich wieder am Anfang. Da wollte ich gar nicht sein. Blau ist bestimmt hier hinten lang gelatscht, oder? Oh, meint ihr, der ist noch am Fluss? Never schaffe ich das. Okay, grün ist weg. Ich habe einen Luki, Leute. Ich glaube, ich bin die Einzige, die die sammelt. Die anderen warten. Eigentlich könnte ich auch warten. Sollte ich das machen? Aber ich laufe einfach nur rum. Da habe ich mich gerade erschrocken. Ich dachte gerade, das sei ein Monster. Ich laufe mal einfach hier lang. Aber ich habe das Gefühl, hier ist ein Monster. Ich höre jemanden da. Gelb ist da, grün ist da. Nee, ich hau ab. Nee, 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 nee. Die sind da alle am Fluss. Wo sind die? Oh mein Gott, da ist blau. Da ist blau. Aber er hat mich noch nicht anvisiert. Der läuft hier lang. Ich muss mich beeilen. Ich gehe einfach mal hier runter. In der Hoffnung, dass jetzt kein Monster mehr am Fluss ist. Ey, der wartet da einfach. Wo ist er? Ich habe Angst, dass der einfach zu mir... Oh, danke schön. Gerade mal einer aufgetaucht aus dem Nichts. Ja, ich wusste es doch. Der kommt ausgerechnet dann, wenn ich es am wenigsten gebrauchen kann. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist grün. Oh mein Gott, da ist blau. Da war ein Loki. Nein. Ich bleibe in Bewegung, Leute. Ich bleibe in Bewegung. Der hatte mich fast. Kann er sich dahin teleportieren? Das hört sich gerade nicht gut an. Das war hart. Das war hart. Das ist hier einer. Zwei fehlen noch. Ich will noch diese Runde schaffen. Bitte nur noch diese Runde. Da ist einer, ne? Das ist der, glaube ich, im Fluss, den ich vorhin gesehen habe. Ich gehe jetzt damit zum Ausgang, Leute. Oh mein Gott. Ich glaube, der hat mich gerade gesehen. Der gelbe. War nicht? Es ist noch einer. Es liegt jetzt an mir. Macht doch Platz hier, bitte. Ist blau da? Schnell abgeben. Leute, yes, 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 yes. Oh mein Gott. Und ich war tatsächlich nicht nutzlos. Ich war vor dem Timer schon fertig. Warte, wo sind die Zuckerpacken? Oh mein Gott. Nein, ich gehe. Warte, wo ist mein Durchgang? Egal, ich laufe hier lang. Warte, nee. Ich habe nicht gedacht, dass blau mich ufft. Ja, Leute, ich bin weitergekommen, als ich dachte, es hat auch echt viel Spaß gemacht, diese Challenge hier. Und ja, lasst mich mal gerne in den Kommentaren wissen, von 1 bis 10, wie gut habe ich mich geschlagen? Und was soll ich als nächstes dort machen in Rainbow Friends? Welche Challenge? Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bye!